Ein Verkäufer soll bei Bares für Rares im Auftrag seines Neffen ein funkelndes Schmuckstück zu Geld machen. Der Erlös soll eine Finanzspritze für dessen Imbiss sein. Doch trotz Traumexpertise scheitert der Deal. Remo hat ein wahrlich beeindruckendes Armband mit in das ZDF-Studio im Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Wie er im Gespräch mit Moderator Horst Lichter, 62, erklärt, handele es sich dabei um ein großmütterliches Erbstück des Jungen. Das ist ja ein Spektakulum! Staunt der ehemalige TV-Koch, als er das prächtige Kleinod zum ersten Mal in Augenschein nimmt. Licht aus und ein paar Kerzen an. Und schon haben wir es hell. Doch was hält Heide Rezepa Zabel, 58, von dem Objekt, das im Idealfall eine neu eröffnete Imbissbude sowie eine Hausrenovierung finanzieren soll? Die ersten Worte der Expertin klingen vielversprechend. Das ist ein Armband allerhöchster Juwelierkunst. Wirklich fein! Nicht nur die eingeschliffenen Saphir-Karrees, sondern auch die unzähligen Diamanten und Brillanten mit Übergangsschliffen versetzen die Sachverständige in Begeisterung. Die Herstellung des Platinarmbands datiert Rezepa Zabel in die 1920er Jahre, satte 26,39 Gramm bringt es auf die Waage. Und auch der Wunschpreis von Remos Neffen ist mit 9.000 Euro recht üppig. Zur großen Freude des Verkäufers setzt die Expertin aber sogar noch einen drauf. Sie hält auch 10.000 bis 12.000 Euro für realistisch. Höchstgebot von Juwelierin Susanne Steiger ist dem Verkäufer zu wenig. Lichter kommentiert die Wahnsinnssumme mit einem Scherz. Da muss für dich aber ein lebenslanges Freipommes mit Ketchup und Mayo rausspringen, fordert der passionierte Bartträger für Onkel Remo. Weiter geht's im Händlerraum. Dort herrscht eine ähnliche Begeisterung wie bereits wenigen Minuten zuvor während der Expertise. Vor allem Susanne Steiger, 41, bekommt beim Anblick des Armbands sofort funkelnde Augen. Das sieht vielversprechend aus. Erklärt die Juwelierin begeistert und legt sich das Prunkstück sogleich selbst ums Handgelenk. An ihrem Urteil ändert das freilich nichts. Mega! Wunderschön und perfekt erhalten, schwärmt die 41-Jährige weiter. Doch dann der Schock für Remo. Trotz ihrer Faszination für das Objekt ist Steiger nicht bereit, mehr als 8000 Euro für das Schmuckstück auf den Tisch zu legen. Das wiederum ist dem Verkäufer zu wenig. Enttäuscht winkt er ab und verlässt die Sendung ohne Deal. Dann müsst ihr sehen. Die Sendung ist weitererまで. Wenn es unter den Tisch eiao noch nicht zu handy is, dann von der Schmuckstück ber sergeant den T David Faszin und den House where sie in die T Friedenser verdomen denke Komisch 1 anderes. Da geht'se wieder ins Lesserwärm hin. Vielen Dank.